Mitte Juli 2023 brachte der demokratische Mehrheitsführer im US-Senat Chuck Schumer ein Gesetz zur Enthüllung von UFO-Informationen ein. Der überparteilich von Demokraten und Republikanern zusammengestellte Gesetzesentwurf wurde einstimmig im Senat angenommen. Er trägt den Titel Unidentified Anomalous Phenomena Disclosure Act of 2023 oder UAP Disclosure Act of 2023, wobei UAP die mittlerweile gängige Umschreibung für das ist, was man früher UFO nannte. Der Entwurf ist 63 Seiten lang, der Begriff nicht identifizierte anormale Phänomene kommt darin rund 120 mal vor, der Begriff nichtmenschliche Intelligenzen 34 mal. Die Begriffe werden auch genau definiert und ja, mit nichtmenschlicher Intelligenz sind nicht etwa Delfine oder Raben gemeint, sondern genau das, was man bisher unter Außerirdischen oder Aliens verstanden hat. In einem Gesetzesentwurf des amerikanischen Parlaments. Der Text enthält auch eine Enteignungsklausel gegenüber der privaten Rüstungsindustrie zur Herausgabe exotischer nichtmenschlicher Technik und nichtmenschlicher Lebewesen. Lebend oder Tod. Kurz darauf am 26. Juli 2023 fand vor dem Nationalen Sicherheitsausschuss des Repräsentantenhauses ein öffentliches Hearing mit dem Titel Unidentifizierte anormale Phänomene Auswirkungen auf die nationale Sicherheit, die öffentliche Sicherheit und Regierungsangelegenheiten. Viele prominente Abgeordnete von rechtsaußen wie Matt Gates bis linksaußen wie Alexandra Ocasio-Cortez stellten vereint Fragen an die drei Vorgeladenen. Zwei davon, beide hochrangige Navy-Piloten, berichteten von ihren Begegnungen und Verfolgungsjagden mit UFOs, bekannt aus den 2017 freigegebenen Navy-Videos TICTAC, FLIR und GOFAST. Der dritte Colonel David Grush, ein ehemaliger Militär und Geheimdienstler des National Reconnaissance Office, Spezialist dieser Agentur für Special Access Programs, persönlicher Berichterstatter des Präsidenten und Beauftragter der UAP Task Force des Parlaments zur Erforschung geheimer und vor dem Kongress verborgener UFO-Programme, sagte noch weitaus Abenteuerlicheres aus. Er berichtete unter Eid von etwa einem Dutzend durch das US-Militär in aller Welt geborgener UFOs, deren Erforschung durch Teile der US-Behörden und von Biologics, also nichtmenschlichen Lebensformen, die ebenfalls vom Militär eingesammelt worden wären. Und das alles bereits seit vielen, vielen Jahrzehnten. Weiters erzählte er von Menschen, die aufgrund der extremen Geheimhaltung rund um all das verletzt oder umgebracht worden wären. Diese Dinge wurden dem Kongress gegenüber inzwischen auch von weiteren Whistleblowern bestätigt. Sowie auch durch einen im Vorjahr freigegebenen Bericht eines australischen Spions, der bereits Anfang der 70er Jahre an seine Regierung detailliert über den Umgang der Amerikaner mit UFOs berichtete. Seit 2022 gibt es eine offizielle UFO-Behörde des Pentagons namens Arrow mit einer offiziellen Webpräsenz. Ebenfalls online einsehbar sind die Aktivitäten von GEPAN, der UFO-Forschungsabteilung der französischen Weltraumbehörde CNES, die bereits seit Jahrzehnten UFO-Fälle erforscht und dokumentiert. Damit ist GEPAN durchaus nicht allein. Neben vielen anderen derartigen Forschungen durch öffentliche Behörden in Skandinavien oder Südamerika präsentiert auch das italienische Militär seit ca. 20 Jahren jährlich eine ausführliche Darstellung und Analyse von UFO-Sichtungen. Um das alles zu koordinieren, brachte im Februar 2024 der grüne portugiesische EU-Abgeordnete Francisco Guerrero einen Antrag zur systematischen Beobachtung und Erforschung des Phänomens ein. Auch die Regierungen von Japan, China, Mexiko oder Brasilien forschen offiziell nach UFOs, sowie einige Universitäten weltweit, unter anderem in Deutschland, in Würzburg. Willkommen in UFO-Hausen. Weniger eine Region als ein neues Zeitalter, das durch einen Artikel der New York Times im Jahr 2017 ausgelöst worden war. In dem Artikel wurde aufgedeckt, dass die USA entgegen jahrzehntelanger gegenteiliger Behauptungen sehr wohl mindestens ein UFO-Forschungsprogramm finanzierte und laufen hatte. Gleichzeitig wurden die bereits oben genannten Nevi-Videos freigegeben. Seitdem steppt rund um die Aufklärung all dieser Dinge der sprichwörtliche Bär. Um das klarzustellen, wir reden von einem Phänomen, einem unbekannten und noch nicht erklärten. Es geht nicht automatisch um außerirdische grüne Männchen, auch wenn die jahrzehntelange Verächtlichmachung des Themas einen quasi automatisch zu dieser Assoziation verleitet. Wenn ihr von all dem und noch von vielen weiteren Dingen ähnlicher Brisanz noch nie etwas gehört habt, seid ihr nicht allein. Zwar gibt es durchaus vereinzelte, ernsthafte Artikel auch in renommierten Medien wie New York Times, Guardian, Independent, Fokus, der Standard oder Spiegel zu diesen Themen? Aber im Großen und Ganzen herrscht Schweigen. Vor allem bei den großen Fernsehsendern, die für viele Menschen weltweit immer noch die primäre Quelle der Information darstellen. Wenn man sich selbst auf die Suche macht, finden sich allerdings recht rasch jede Menge und mit etwas Filtern und Augenmaß ernsthafte Quellen, wie die Aussagen amerikanischer, kanadischer, japanischer, mexikanischer, brasilianischer, argentinischer und israelischer Abgeordneter, Senatoren, Gouverneure und Militärs. Oder freigegebene amerikanische und russische Militärdokumente. Dazu UFO-Transparenzgesetze in fast ganz Südamerika. Allerdings findet man das alles hauptsächlich auf Twitter-X oder in YouTube-Podcasts. Klingt ein wenig wie ein Flacherde-Schwurbler-Rabbit-Hole, hat aber tatsächlich bedeutend mehr Substanz. Siehe etwa der eingangs erwähnte Gesetzesentwurf vom noch einmal Anführer des US-Senats Chuck Schumer. Dieser Entwurf wurde übrigens im Dezember 2023 von Politikern und Lobbyisten des real existierenden militärisch-industriellen Komplexes der USA fast abgeschossen und dann in einer stark abgemilderten Form ratifiziert, was bereits ebenfalls gewisse Schlussfolgerungen naheliegt. Der Text wurde jedoch im Sommer 2024 neuerlich eingebracht, um das Gesetz in seiner vollen Wirkmacht doch noch durchzubringen. Es stehen auch weitere öffentliche Anhörungen mit weiteren Whistleblowern bevor, die an dem Programm beteiligt waren oder sind. So fantastisch das klingt, das ist unsere Realität, über die, wie bereits erwähnt, international in Mainstream-Medien de facto nicht oder kaum berichtet wird. Schon gar nicht kontinuierlich. Vermutlich aufgrund der anhaltenden Macht des alten Stigmas. Dabei ist es gerade jetzt sehr spannend. Das Pentagon führt aktuell ganz offensichtlich einen erbitterten Abwehrkampf gegen die Offenlegung seiner Geheimnisse, wird aber Stück für Stück immer mehr der Verschleierung und der Lüge überführt. Und diese Verschleierung ist definitiv real. Ob das Phänomen, die UFOs und die nichtmenschlichen Intelligenzen selbst real sind, ist dagegen noch nicht bewiesen. Aber irgendetwas ist da und irgendeine Enthüllung steht bevor. Und sei es nur, dass die ganze UFO-Geschichte in den USA eine jahrzehntelange Ablenkung von Air Force und CIA ist, um andere Dinge zu verschleiern. Was bereits ein gigantischer Skandal für sich wäre. Ein wenig mehr Aufmerksamkeit diesen Geschehnissen gegenüber scheint also durchaus angebracht. Relevante Links zu den Themen dieses Videos finden sich in der Beschreibung. Außerdem berichtet dieser Kanal darüber regelmäßig alle sieben Tage in Form einer News-Sendung namens Wochenschau. Darüber hinaus gibt es auf dem Kanal auch noch Breaking News, Interviews und ein Langformat namens Nachspiel, in dem genauer und tiefer auf wesentliche Aspekte rund um das Phänomen eingegangen wird. Wer sich nicht auf die Mainstream-Medien verlassen möchte und Augenzeuge dieser spannenden Entwicklung sein möchte, sollte überlegen, diesen Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungen einzuschalten, um auch immer aktuell, objektiv und unaufgeregt informiert zu werden. Versprochen. In diesem Sinne bis bald auf diesem Kanal.